Aktivisten der letzten Generation stören, wo sie können. Das sind Penner. Die gehen nicht. Hey! Irgendwann haben wir vielleicht sogar straßenschlachtartige Zustände. Das darf nicht sein. Der Gegenangriff des Staates, Razzien, Festnahmen, Haftstrafen, Telefonüberwachung, um die zu stoppen, die den Klimawandel aufhalten wollen. Wir werden es nur schaffen, den Klimakollaps abzuwenden, wenn die Menschen sich aus ihrer Ohnmacht befreien und dazukommen. Die menschengemachten Veränderungen sind allgegenwärtig. Genau wie die Frage, was wir dagegen tun. Wenn wir die Erderwärmung begrenzen wollen, dann müssen heute politische Maßnahmen ergriffen werden. Die Mitglieder der letzten Generation machen Stress. Ihre Proteste immer krasser und längst nicht mehr nur symbolisch. Ein Ende nicht absehbar.